Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich allen, die jetzt im Webinar schon dabei sind. Der Countdown ist vorbei und ich glaube, wir können beginnen. Kurz vor Weihnachten möchten wir Sie nochmals herzlich willkommen heißen zu unserer Winterausgabe State of the Union. Meine wunderbare Kollegin Renata und ich werden Sie heute durchs Programm führen. Wir werden dieses Webinar auch aufzeichnen und auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung stellen. Dort können Sie dann auch alle gesammelten Fragen und die dazugehörigen Antworten auch nochmal ausführlich sich selbst ansehen. Sollten wir im Fragen-und-Antwort-Teil jetzt nicht alle Fragen beantworten können. Keine Angst, wir werden sie spätestens mit dem Download zur Verfügung stellen. Was erwartet Sie heute? Diejenigen, die dieses Webinar schon mal besucht haben, wissen, dass wir Ihnen zweimal im Jahr einen tieferen oder umfassenderen Einblick in das geben wollen, womit wir uns in den letzten sechs Monaten beschäftigt haben und wir wollen Ihnen die neuesten Entwicklungen und Verbesserungen unseres Produkts oder besser gesagt unserer Produkte zeigen. Aber zunächst möchten wir uns kurz vorstellen. Mein Name ist Peter Stössl. Ich bin Chief Revenue Officer bei Tresorit und verantwortlich für alle vertriebsbezogenen und kundenbezogenen Aktivitäten, insbesondere für das internationale Vertriebsteam, unser Customer Success Team und unseren Customer Support. Reni, magst du ein paar Worte über dich sagen? Danke, Peter. Mein Name ist Renate. Ich bin Produktmanagerin hier bei Tresorit. Ich bin verantwortlich für unser neues Produkt, Tresorit-qualifizierte elektronische Signatur. Wunderbar, vielen Dank. Was können Sie heute erwarten? Wir haben insgesamt vier Themen, die wir Ihnen näher vorstellen wollen. Also es ist recht ausführlich dieses Mal. Im ersten Teil möchten wir Ihnen unsere neue Entwicklung im Bereich E-Signatur näher bringen. Es handelt sich hierbei um die Möglichkeit, Dokumente, an denen Sie in Tresorit gearbeitet haben, zum Beispiel Verträge, Vereinbarungen, NDAs und so weiter, ohne Systembruch zur EU-konformen, qualifizierten elektronischen Signatur in Tresorit einzustellen und Ende zu Ende verschlüsselt an die Unterzeichner zur Unterschrift zu senden. Im zweiten Teil möchten wir Ihnen vorstellen, wie ein Kunde von uns, in diesem Fall ein Flughafen, Beweismittel wie zum Beispiel CCTV-Aufnahmen mit Tresorit schnell und sicher mit Behörden teilen kann. Danach werden wir Ihnen erzählen, wie wir das Nutzererlebnis beim Teilen und Freigeben von Ordnern und Unterordnern verbessert haben. Die sogenannten Next-Gen-Folder. Wer Tresorit bedient, weiß, worüber wir reden. Im letzten Teil sehen Sie, wie wir die Arbeit der Tresorit-Administratoren unserer Kunden bei der Installation des Auto-Plugins erleichtert haben. Und ganz zum Schluss haben Sie dann natürlich die Möglichkeit, Fragen zum Gehörten zu stellen. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis. Die Entwicklungen, die wir Ihnen halbjährlich präsentieren, sind nicht bei uns im stillen Kämmerchen entstanden, sondern basieren zum allergrößten Teil auf dem Feedback unserer Kunden, das unsere Roadmap erheblich beeinflusst. Im ersten Halbjahr gingen über 200 Kundenanforderungen bei uns ein, die die neue Entwicklungsroadmap beeinflusst haben. Aus welchen Gründen entscheidet sich Kunden für uns? Als Beispiel habe ich Ihnen heute mal ein Zitat eines unserer Kunden mitgebracht. Trade Republic ist heute Europas größte Sparplattform und ist in 17 europäischen Ländern verfügbar. Als Bank unterliegt sie denselben strengen Datenschutzrichtlinien wie alle anderen Finanzdienstleister. Und das bedeutet, dass sich Trade Republic regelmäßig sehr, sehr streng in Prüfungsverfahren unterziehen muss. Und in diesen Prüfungsverfahren müssen eine Unmenge von Dateien, wie zum Beispiel sensible Finanzunterlagen oder personenbezogene Daten, mit externen Partnern, Auditoren, Rechtsberatern und vielen anderen Stellen geteilt werden. Und um die Verwaltung und das Teilen dieser Dateien datenschutzgerecht umsetzen zu können, hat sich Trade Republic für Tresorit entschieden. Tresorit ermöglicht nicht nur das einfache und sichere Teilen von Daten oder ganzen Ordnern. Tresorit gibt Trade Republic auch die maximale Kontrolle über diese Daten. Es ist jederzeit verfolgbar, welche Parteien und Nutzer wann und von wo Zugriff auf diese Dateien und Ordner haben. Trade Republic verwendet Tresorit inzwischen in nahezu allen Abteilungen, einschließlich Compliance, Recht, Finanzen, Betrieb und Kundendienst und plant bereits weitere Ausweitungen für das Onboarding von Lieferanten und Anbietern. Das ist jetzt nur eine von vielen Kundenstimmen. Wenn Sie mehr über unsere Kunden und ihre Geschichte mit Tresorit erfahren möchten, lade ich Sie herzlich ein. Besuchen Sie bitte unsere Website. Dort finden Sie viele weitere Customer Stories und Kundenrezessionen. So viel vorab. Lassen Sie uns nun einsteigen in unsere Themen heute. René, magst du mit unserem ersten Thema anfangen? Dankeschön, Peter. Zuerst möchte ich mir über unser neues Testprodukt qualifizierte elektronische Signature erzählen. Unser Ziel mit Tresorit eSign ist, Themen zu stärken und Geschäftsprozesse mit einer sicheren Signaturlösung zu beschleunigen. Dabei liegt unser Schwerpunkt auf Sicherheit, Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit. Die Produktentwicklung unserer eSign-Lösungen sind gute Beispiele dafür, wie wir hier bei Tresorit Produkte konzipieren und entwickeln. Zunächst konzentrieren wir uns auf Marktbedürfnisse, erkunden Anwendungsfälle und sammeln und analysieren Feedback. Während der Arbeit unserer qualifizierten elektronischen Signaturlösungen evalieren, durchführen von Benutzerinterviews und durchführen von Benutzerfreundlichkeitstests wurde klar, dass es Bedarf an einem qualifizierten eSign-Tool gibt, das innerhalb der EU akzeptiert wird, damit Partner nicht länderspezifische Vorschriften überprüfen und abstimmen müssen. Wie Sie auf den Folien sehen können, handelt es sich hierbei um einen iterativen Ansatz. Mit qualifizierten elektronischen Signaturen setzen wir nicht nur die technische Infrastruktur für die höchste Stufe der elektronischen Unterschrift um, sondern lösen auch das Problem, dass die glaubwürdigkeit der Unterschrift in einem der Vertragsländer eingezweifelt werden könnte. Die elektronischen Signaturen haben in der EU gemäß der EIDES-Verordnung drei Typen. Es gibt einfache oder simple, fortgeschrittene oder advanced und qualifizierte oder qualified Signaturen. Wenn Sie nicht mit den verschiedenen Arten von Signaturen vertraut sind, kann eine einfache elektronische Signatur für viele verschiedene Szenarien verwendet werden. Einfach ist für die meisten Fälle gut, aber in manchen Situationen ist es das nicht. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben, wo es empfohlen wird. Die Herausforderung besteht darin, dass zum Beispiel in einer Situation, in der ein Vertrag hunderttausende oder Millionen von Euro repräsentiert, es das letzte ist, was Sie wollen, sich vor Gericht um die rechtliche Gültigkeit der Unterschrift zu streiten. Dieses Problem kann mit der qualifizierten elektronischen Signatur umgangen werden, dass sie gemäß der EIDES-Verordnung in allen EU-Ländern als gleichwertig zu einer handschriftlichen Unterschrift betrachtet wird. Zusammengefasst, qualifizierte E-Signaturen sind rechtlich, als gleichwertig zu handschriftlichen Signaturen anerkannt. Es sind EIDES-konform qualifizierte Signaturen, die in allen EU-Ländern akzeptiert werden. Der Signitprozess unterscheidet sich durch die Identitätsprüfung und Überwachung. Also ein Administrator vergleicht bei der Erstregistrierung ein Video-Selfie mit einem Ausweisdokument. Für diesen Identitätsprüfungsprozess benutzt Tresorit den dritten Anbieter Eurotest, über den ich später noch mehr erzähle. Am Ende des Prozesses erhält der Unterzeichner ein qualifiziertes Zertifikat, damit er signieren kann. Dieser gesamte Prozess steht dabei immer im Einklang mit Tresorit's Engagement für Zero-Knowledge und Datenschutz. Daher sind die Inhalte der unterzeichneten Dokumente für niemanden zugänglich. Nicht einmal für Tresorit oder Eurotest, sondern nur für die involvierten Parteien, den Anforderer der Unterschrift und die Unterzeichnenden. Es wird kein Dokument an Eurotest zur Unterzeichnung gesendet. Die Dokumente verbleiben in der Tresorit-Umgebung. Was sind die Hauptvorteile der Lösung? Also, E-deskomforte Signatur durch einen qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter, rechtlich verbindend und gleichwertig mit handschriftlichen Unterschriften vor Gericht, reduziert der Anzahl der Tools für die Geschäftsführung und verkürztet Zeit zum Unterzeichnen von Dokumenten in einer datenschutzfreundlichen und Ende-zu-Ende-verschlüsselten Plattform. Und nun kommt ein Entbindungsfall vom Deutschen Roten Kreuz. Sie nutzen Tresorit schon eine Weile, haben aber die I-Sign-Lösung hinzugefügt, um alle Rechnungen zu bearbeiten, rund 500 Rechnungen pro Jahr, die sich auf Materialkäufe, Autoreparaturen, Trainingsrechnungen, IT-Rechnungen und so weiter beziehen. Sie folgen dem Vier-Augen-Prinzip bei der Überprüfung und Genehmigung von Rechnungen, bevor diese bezahlt werden. Sie beschlossen, den Prozess zu digitalisieren. Früher war es analog. Man druckte Papierdokumente, zwei Personen mussten unterschreiben, warfen Dokumente in mehrere Briefkästen. Auf diese Weise dauerte es zwei bis drei Tage, bis eine Rechnung unterschrieben und bezahlt wurde. Der Staatsmeister musste diese Dokumente zusätzlich noch archivieren und ablegen. Aber heute ist es anders. Es gibt einen speziellen Tresorit-Ordner für Rechnungen. Heute dauerte es zwei bis drei Stunden, statt zwei bis drei Tage, um den Prozess der Unterschrift und Genehmigung von Rechnungen durchzuführen. Der Arbeitsprozess hat sich auf ein Zehntal. Sie senden E-Mails, der Empfänger kann dies sofort sehen, um darauf zu greifen. Der Zugriff auf den Rechnungsordner ist gewährt. Es ist ein einfacher und sicherer Zugriff für alle beteiligten Parteien, wodurch sie Zeit und Papier sparen. Sie bräuchten kein zusätzliches zweites Tool, sondern sie haben diese integrierte I-Sign-Lösung innerhalb von Tresorit. Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen und sie sind bereits damit vertraut und wissen, dass Tresorit beste Sicherheit für ihre Daten garantiert. Aber warum bringe ich dieses Beispiel auf? Weil die Prozesse für die Erstellung und die Unterzeichnung von Anfragen für einfache und qualifizierte elektronische Signaturen neben dem Identitätsprüfungsprozess gleich sind. Abgesehen vom Identifikationsprozess bleibt bei Tresorit alles gleich. Die Benutzeroberfläche ändert sich nicht. Aber lassen Sie uns sehen, wie das Produkt funktioniert. Hier sehen wir ein Video vom Unterschriftseantrag bis zum Unterschiffsprozess. Zuerst müssen Sie ein Dokument auswählen, das unterschrieben werden soll. In unserem Fall handelt es sich um eine Geheimhaltungsvereinbarung. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Unterzeichners an und setzen Sie bei Bedarf ein Ablaufdatum. Sie müssen den Signaturtyp auch einfacher oder qualifiziert Signatur auswählen. Sie können die erforderlichen Felder für beide Unterzeichner im Dokument platzieren, also mehrere Felder pro Unterzeichner auswählen. Die zugeordneten Felder verschiedener Unterzeichner werden durch unterschiedliche Farben angezeigt. Im dritten Schritt kann der Anforderer die angeforderten Feltypen pro Unterzeichner überprüfen und einen Link erstellen, der geteilt werden kann. Nachdem der Unterzeichner den Link erhalten oder eine E-Mail-Benachrichtigung darüber bekommen hat, dass er ein Dokument zum Unterschreiben hat, kann er nach dem Öffnen den Unterzeichnungsprozess starten. Nachdem alle Felder ausgefüllt wurden, beginnt die Identitätsprüfung. Und bei der Identitätsprüfung benötigen Sie Ihr Mobilgerät. Wenn Eurotrust kein bereits existierendes Konto für die unterschreibende Person finden kann, nachdem diese Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinzugefügt hat, wird die unterschreibende Person darum gebeten, die abzuinstellieren. Ein Schließend sollte innerhalb der mobilen Abfolge ausgeführt werden, um ein Konto zu registrieren und den Identitätsprüfungsvorgang abzuschließen. Sie müssen eine PIN und ein Passwort einrichten. Sie müssen den Ausweis oder Reisepass der unterschreibenden Person scannen, ein Video-Selfie erstellen und die Telefonnummer und E-Mail-Adresse verifizieren. Sie müssen dieses Konto nur einmal einstellen und den ganzen Prozess nur einmal durchführen. Aber wenn Eurotrust für die unterschreibende Person ein bereits vorhandenes Konto mit einem Supervisor findet, wird die unterschreibende Person gebeten, mit dem Signaturvorgang mit Hilfe der Abfolge zu fahren. Der unterschreibenden Person werden die Dokumente als noch ausstehend angezeigt und sie kann sie entweder unterschreiben oder die Anfrage ablehnen. Sobald der Signaturprozess in der Eurotrust-App abgeschlossen wurde, wird der Anfrage die verifizierte Signatur hinzugefügt und die unterschreibende Person kann das Fertigstattdokument über den Tresorit-Link herunterladen. Okay, vielen Dank René. Lassen Sie uns jetzt einen Blick auf den Use Case eines Kunden werfen. Wie vorhin schon angekündigt, in diesem Fall ein Flughafen, der digitale Beweismittel mit Behörden wie zum Beispiel Zoll, Polizei, Staatsanwaltschaft und anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten teilen muss und das auf möglichst sichere Weise. Und René wird uns gleich dazu ein paar Dinge mehr erzählen. Ja, natürlich. Also, ein Datentausch digitaler Beweismittel ist noch eine gute Lösung mit Fokus auf Anwendungsfällen. Wichtige Funktionen wie Wasserzeilen, Richtlinienkontrollen und das Deaktivieren des Downloads bedienen bestimmte Anwendungsfälle, beispielsweise Sicherheitsaufnahmen mit Behörden, Fluggesellschaften oder Versicherungsunternehmen geteilt werden müssen und empfindliche Dateien geschützt werden müssen. Basierende Benutzerinterviews wurde auch die Möglichkeit hinzugefügt, Videos im Browser vorab anzuzeigen, was während Untersuchungen oder Audits nützlich sein kann. Zugriffsprotokolle sind ebenfalls für dieses Produkt verfügbar. Der Produktentwicklungsprozess ähnelt sehr dem, was wir bei E-Site-Produkten gesehen haben. Ein anschauliches Beispiel für den Nutzen dieses Produkts zeigt sich bei Flughafenprotesten und Vandalismus. Die Sicherheitsaufnahmen können dazu beitragen, Arbeitsabläufe zu optimieren. Die Verhinderung und Befugtenzugriffs ist sowohl aus rechtlichen als auch ethischen Gründen entscheidend. Die sichere, geschützte und kontrollierte Umsetzung ist für die Geschäftskontinuität und die Einhaltung von Vorschriften entscheidend. Und mit Wasserzeilen, Deaktivierung von Downloads und Zugangskontrollen können Sie die Kontrolle behalten und Missbrauch vermeiden. Durch die sichere verschlüsselung von Beweismaterial wird Authentizität sichergestellt und es wird verhindert, dass daran herumgebastelt wird. Das ist besonders hilfreich bei Versicherungsverhandlungen und Schadensregulierung. Trezority ist das perfekte Werkzeug, um digitale Beweise und Daten sicher- und Gesetzeskonform mit Justizbehörden, Versicherungen und so weiter zu teilen. Dank der neuen Entwicklungen können nun jedoch auch Videomaterialien ohne Download und mit Wasserzeichen geteilt werden. Gut, schauen wir uns doch mal an, wie das Beispiel tatsächlich funktioniert. In diesem Fall ein Beispiel eines Vandalismus-Videos. Breni, ich übergebe wieder an dich. Ja, eine Minute. Also durch das Beispiel-Video können Sie sehen, wie das Produkt am Beispiel des Flughafens funktioniert, wegen eines Vandalismus-Vandalismus-Videos. Also wir können auch die Wasserzeichen einstellen und es gibt andere Advanced-Einstellungen. Also im Grunde genommen sehr einfach. Sie schicken den Link, den freigegebenen, einfach an die gegenüberliegende Stelle. Die bekommt eine E-Mail. Sie machen den Link in einer gesicherten Umgebung auf und können direkt im Browser dann auch dieses Video, das Sie sich ansehen sollen, mit einem Wasserzeichen versehen, in einem verschlüsselten Bereich ansehen, ohne dass Sie es runterladen müssen. Also hier können, wir können auch die Wasserzeichen sehen, auf diesem Video und Nun kommen wir zum nächsten Thema. Tresorit muss sich gelegentlich auf technische Entwicklungen konzentrieren. Da die Struktur des Tresorit-Ordners so entscheidend ist und einen enormen Wert darstellt, mussten wir uns um den Aufbau der technischen Tiefe in Bezug auf dieses Feature kümmern. Ein neuer Ordnertyp wurde eingeführt, der nun für alle verfügbar ist, wenn ein neuer Hauptordner erstellt wird. Dies ermöglicht die Hinzufügung von zusätzlichen Funktionen zu diesen Ordnern in einer viel skalierbareren Weise. Also während des Evaluierungsprozesses kamen viele verschiedene Szenarien auf, wie Benutzer ihre Ordner extern und intern teilen. Benutzer und bewährte Verfahren schlugen vor, eine größere Flexibilität bei dem, was und wie geteilt wird, und so weiter. Nach der Analyse der Rückmeldungen wurden unterschiedliche Szenarien identifiziert. Wir haben viel Feedback gesammelt und Sie können einiges davon auf dem Bildschirm sehen. Fehlende Verknüpfungen und Verwirrung bezüglich der Funktionen von klassischen und nächsten Ordnen sind großartige Beispiele dafür, warum wir uns dazu entschieden haben, das Ordnererlebnis zu vereinheitlichen. Nun kommt das, was wir früher als nächsten Ordner bezeichneten, mit Freigabelinks, Dateienforderungslinks oder Möglichkeit, externe Mitglieder einzuladen. Es ist benutzerfreundlicher für Kontoinhaber, Administratoren, Benutzer und ihre Partner auch. Während Übernahmen und bestimmten Geschäftsprozessen ist es nicht nur vorteilhaft, sondern manchmal auch gesetzlich erforderlich, nur bestimmte Personen zugriff zu gewähren, und dies nur auf bestimmte Teile der Dokumentation innerhalb oder außerhalb der Organisationen zu beschenken. Mit der Freigabe von Unterordnern können Sie Geschäftsprozesse einfach verwalten. Der Dateibesitzer hat einen klaren Überblick über die Struktur und den Inhalt der verschiedenen Unterordner, ohne eine komplizierte Ordnerstruktur erstellen zu müssen. Zusammenfassend zum einheitlichen Ordnererlebnis, dies ist ein Beispiel für die Übernahme eines Fintech-Unternehmens. Das Unternehmen kann externe Partner in die Unterordner mit einem Linken laden, ohne die gesamte Ordner-Hierarchie zu teilen. Sie können auch Dateienfragen erstellen, die mit dieser Hierarchie verknüpft sind. Sie können sich auf das konzentrieren, was für Sie wichtig ist, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Also in unserem Beispiel, Eron leitet eine Übernahme. Er muss bestimmte Wunnen mit Kollegen und externen Partnern teilen. Er möchte es sicherstellen, dass das Projekt Fortschritte macht, per Personen ausschließlich auch für die Erledigung ihrer jeweiligen Aufgaben notwendige Inhalte zugriff haben. Was wir im Video sehen, ist, dass die verschiedenen Mitglieder des Projekts unterschiedliche Zugriffsrechte haben, sodass Sie immer die Unterordner sehen, die gerade mit Ihnen geteilt sind. Das ist das, das wir sehen, ist, dass das Projekt Fortschritte, oder, die beiden Tauren in der KMN befinden, dass die Kinder in der KMN noch nicht zur Verfügung kommen. Vielen Dank. 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 Damit wäre ich am Ende meiner Ausführungen bitte, ich übergebe das Wort. Vielen Dank. Vielen Dank, René. Vielen Dank. Ein, zwei Fragen sind schon formuliert. Vielleicht fangen wir gleich mit der ersten an. Sind qualifizierte elektronische Signaturen rechtlich bindend? Ja. Ja. Okay. Okay, dann schauen wir noch mal was. Hier ist auch noch eine interessante Frage. Welche Arten von Ausweisdokumenten können für die Identitätsprüfung verwendet werden? In 99% der Fälle handelt es sich um Ihren Reisepass oder Personalausweis, aber EuroTrust hat eine vollständige Liste über die unterstützten Dokumente. Sie können je nach Standort der Unterzeichnung barrieren. Okay. Und vielleicht noch Zeit für eine letzte Frage. Ab wann ist das neue qualifizierte Isheim-Produkt verfügbar bei Tresoritz? Mhm. Von Q1 an wird das allgemein verfügbar sein, aber Interessenten können sich für unser Beta-Programm über den Link auf der Folie anmelden. Ich denke, es ist an Folie 10 vielleicht. Okay. Können wir nachher auch noch mal mit in die Unterlagen geben, wo der Link ist. Wir können Sie herzlich einladen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir viel Feedback geben. Um das Produkt auch wirklich so zu programmieren und so zu entwickeln, dass es für Sie anwendbar ist und die größtmöglichste Benutzerfreundlichkeit bietet. Also herzlich gerne einladen zum qualifizierten Isheim-Beta-Programm. Ja, wie Sie sehen, wir sind permanent beschäftigt, das Produkt zu verbessern und das alles bei maximaler Sicherheit und bei maximaler Benutzerfreundlichkeit. Das Ergebnis ist, dass wir doch einiges an Auszeichnungen und an Feedback bekommen, auch von Organisationen, sowohl von Kunden als auch von Fachmedien und Organisationen. Und kürzlich, um ein Beispiel zu nennen, haben wir im Sommer auf der RSA-Conference in San Francisco einen der begehrtesten Preise bekommen, Global InfoSec Award für eine der innovativsten Lösungen gegen Cyberkriminalität. Und ganz am Anfang diesen Jahres waren wir der Erste, der weltweit das Siegel für vertrauenswürdige IT-Produkte, das Digital Trust Label von der unabhängigen Vereinigung Swiss Digital Initiative, erhalten haben. Weitere Auszeichnungen finden Sie auf unserer Webpage zur Genüge. Ich lade Sie herzlich ein, wenn Sie es interessiert, was wir alles an Zertifizierungen und Auszeichnungen im Moment vorweisen können. Besuchen Sie unsere Website und wenn Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich einfach per E-Mail bei uns. Ja, wie ich bereits eingangs erwähnt habe, erstellen wir unsere Entwicklungsroadmap nicht einfach auf der grünen Wiese. Sondern auf der Grundlage des Feedbacks von unseren Kunden. Und wir sind natürlich auch sehr froh über jedes Feedback, das wir bekommen. Als Admin unserer Business Plus oder auch unseres Enterprise Plans haben Sie Zugriff auf unsere Roadmap im Admin Center. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, die neuesten Versionen, die laufenden Entwicklungen und die Funktionen und Verbesserungen, die wir in Erwägung ziehen, zu kommentieren. Und darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre eigenen Wünsche, Vorschläge, Funktionen, die Ihrer Meinung nach im Produkt sinnvoll wären oder in den Fällen einzubringen. Also ich möchte Sie dazu auffordern, nicht zu zögern. Jeder Vorschlag ist gerne gesehen und unser Entwicklungsteam wartet und freut sich auf jede Idee, die von Ihnen formuliert wird. Gerne können Sie auch existierende Funktionen kommentieren und auch da Verbesserungsvorschläge einbringen. So, ganz zum Schluss möchte ich Sie noch auf unser nächstes Webinar hinweisen, das am 8. Februar um 15 Uhr mitteleuropäische Zeit stattfinden wird. Sie finden den Link auch auf unserer Homepage und die Einladung und die Registrierung. In diesem Webinar möchten wir Ihnen näher erklären, was Zero Trust eigentlich wirklich bedeutet und warum dieser Zero Trust so enorm wichtig für die Sicherung der Privatsphäre von individuellen Organisationen ist. Also save the date und wir freuen uns auch hier über jeden Teilnehmer. Den Link finden Sie zur Registrierung auch direkt hier auf der Folie. Also einfach draufklicken, registrieren. Wir freuen uns, Sie am 8. Februar begrüßen zu dürfen. Sollte Ihnen das bis zum 8. Februar zu lange dauern, haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, alle unsere Webinare auf unserer Webpage auf Abruf anzusehen. Nicht nur dieses, sondern auch viele, viele weiteren, die wir in der Vergangenheit gehalten haben. Stöbern Sie einfach ein bisschen. Lassen Sie sich inspirieren und schauen Sie sich weitere Themen an, die wir schon behandelt haben. Einfach entweder hier auf den Link klicken oder uns direkt auf der Webinar- und Veranstaltungsseite auf jesserit.com besuchen. Und sollten Sie interessiert sein, unser Produkt zu testen, weitere Informationen zu erhalten, auszuprobieren, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse finden Sie hier als research-at-preservate.com auf dieser Seite. Und für heute bleibt mir nur noch zu sagen, herzliches Dankeschön für Ihr Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir sagen auf Wiedersehen und bis bald. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.